so leute und damit herzlich willkommen zurück zu der legend of the wind waker wir waren das letzte mal hier stehen geblieben genau bei diesem boss kampf den wir alle so abfeiern und ich würde sagen dieses mal schaffen wir ihn mehr oder weniger er hat uns nämlich gerade schon wieder erwischt da war gerade licht und scheiße okay wir haben im letzten part auch einen special move gegen den gas geist gefunden und zwar link würdest du ihn bitte weiter drehen ich will nämlich hier dagegen wer hat das jetzt gewirkt zählt sogar so tschüss tschüss war das war's das nee zwei sind noch okay aber die zwei die kriegen wir auch noch die flotte und dann ist dieser boss kampf hinüber war deutlich gesagt du hast nämlich keine chance gegen link den absoluten monsterjäger hat sogar luigi angst nee 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 das riecht das noch fair die fairheit gewinnt leute ihr wisst natürlich alle dass es fair ist dass der geist dann so ist ein bisschen schwer mit falscher kamera ihn zu treffen überhaupt aber so jetzt rollt ihr dagegen und dann kümmern wir uns mal um einen von euch und um den anderen ebenfalls schüssi koski zwei minuten kennen nach vier parts ist die tür anscheinend offen die 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 hallo oh gott sehr schön na dann leute ich würde sagen ich halte mich noch eben komplette den schädeln hier rumliegen die eigentlich für nach dem boss kämpfen gedacht waren aber da wir 20 herzen haben haben wir natürlich keine lebensprobleme naja jetzt schon ein klein wenig hier ist jetzt aber nun ganz klein wenig so ich würde sagen genan wie aming weg sind ja link die nennen sind wieder da wie ihr sehen könnt aber lang waren sie nicht da ne 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 okay leute hier eher sehen dass die große feinin dor sag ich wüsste ich mein lieblingswaffen aus hier reg την Na, was nehme ich noch? Ich nehme dich mal Und Vielleicht wird der Stab von großem Nutzen sein Um den ging Warte mal Um den ging es ja im gesamten Spiel Okay, und die magische Barriere So, let's go Ganon So hätte ich mir den Bosskampf nicht vor Lollen-Teleporter What's going on here? Ähm Nö, nee, wartet Das ging Nö, nö Nö Ich hör das Lied gerade total falsch Nö, nö, nö Habe ich jetzt gerade das Richtige gemacht? Es weht kein Wind Okay, Lied des Windes ist es nicht Ich würde sagen, ich gehe weiter Ähm Ähm Ich gehe hier lang Supi Da kann ich nicht viel machen An das Rätsel erinnere ich mich Das habe ich nämlich gesehen Ich habe mich nicht viel spoilern lassen Nur ein klein wenig Und wir sehen Hier Eins Zwei Zwei Drei Vier Was ist los? Ich schreibe mir das mal eben auf Nicht, dass ich die Stadt vergesse Ähm Dadurch ging jetzt wieder Das ging Zwei Vier Eins Drei Wenn ich mich richtig entsinne Link Prägt dir genau ein Was du in diesem Raum hier siehst Die Muster an den Wänden sind ja Schlüssel So ein Rätsel Das sich erwartet Ach, dass dir nichts entgeht Okay, gucken wir uns das nochmal an Zwei Vier Eins Drei Jo Habe ich mir richtig gemerkt Okay, das ist Das ist sehr schön So, was haben wir hier Die Schwerter, die meine Knechte in den Tiefen der Dunkelheit schwingen Weisen den Weg zu dir Zu mir, glaube ich, stand da Ich habe es gar nicht ganz lesen können Aber okay, die Knechte, die meine Schwerter in der Dunkelheit schwingen Okay, okay Eins Jo Zwei Drei Vier Ganz dumm bin ich nicht Das ist natürlich die Frage Muss ich euch mit dem Boomerang treffen? Ich glaube, ich muss euch mit dem Boomerang treffen So, dann Zeig mal her Wir hätten hier Nummer Eins Dann hätten wir Hier Nummer Zwei Dann hätten wir hier Nummer Drei Und dann hätten wir hier Nummer Ähm Würdest du bitte Würdest du Würdest du Würdest du bitte Vier Okay Damn 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 Sehr schön Auch wenn das Lila ist und nicht gerade gut aussieht, aber Oh Gott Schock meines Lebens Das Boot kommt Gannon ist also von hier aus wieder auf die Oberwelt gelangen Link, machen wir uns doch den Äh, doch Machen wir uns doch denselben Weg, den Gannon beschritten hat Zunutze Um auf die Oberwelt zu gelangen Solltest du also noch etwas aus der Welt oberhalb des Meeres benötigen Gehe an Bord des Bootes und steuere auf das Licht zu Ich habe nichts vergessen Und aus dem Grund gehen wir in den anderen auch Oder? So gesehen habe ich nichts vergessen Ähm Ich springe einfach mal runter In der Dunkelheit In der Dunkelheit Das wird dann die Dunkelheit sein Das ist hundertprozentig die Dunkelheit Äh Wow Leute Der krankste Crankenhausman ist wieder da Geh sterben verdammt nochmal du Du mieser Alter Jo Du mieser Alter Au Okay du Nicht mit Link 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 Das hier sieht nicht richtig aus Immer in Bewegung bleiben Ja Okay Das ist locker Okay Ähm Ja Das freut dich natürlich Aber ich bin nicht dumm Ähm Ich bin doch dumm Ähm Puh Ähm Ähm Yo Lol Ich habe ihn Stirb Ganon Ähm Okay Das Schwert zeigt ihn die Richtung War es nun richtig Lol Lol War es jetzt richtig oder ist das jetzt eine Strafe Alter ihr seid Affinder Ich will jetzt wissen ob das richtig war oder falsch Oder ob die Gegner jetzt hier eine Strafe sind Weil ich es verkackt habe So Ja Geld Was will ich mit Geld Meine Damen und Herren Was will der Ultra mit Geld Sehr schön Das war Anscheinend falsch Das war tatsächlich glaube ich falsch Ich sehe keinen Weg weiter Außer wer zurück Okay dann wird es wahrscheinlich falsch gewesen sein Dann müssen wir dorthin wo die untere Hälfte ihn zeigt Von Schiffen Ja Ähm Hallo Nicht Mit Link Ich sagte nicht mit Link Äh Wie viel Zeit habe ich jetzt schon Okay wir haben 11 Minuten erst Ja 11 Minuten erst Ich nehme jetzt schon eine Stunde wieder auf Wie oft noch Du kleines Bastardchen Ja Ja du nervst mich Du nervst mich sowas von Alter Okay jetzt Jetzt mach was schönes Nicht die Kacke Nicht die Kacke Verdammt nochmal Alter Und B-Smashing bringt auch nichts Stirb Ähm Leute Ich 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 drück den W-Knopf Aber Ne Das Spiel mag mich nicht Ich drück Verdammt nochmal Ja Wenn du meine Füße triffst Nö Du bist toll Du triffst meine Füße Ja Mach ruhig Link gefällt Wie es aussieht Lol Okay Ich hab's tatsächlich geschafft Okay Schwert Wo zeigt es hin Es zeigt in die Richtung Dann geh ich auch da lang Jetzt mal Was haben wir hier Schönet Das sieht richtig aus Es kam ein Geräusch Autsch Ich sterbe noch bevor ich bei Gennen ankomme Ne Woher soll ich wissen wie oft du das machst Ja Sehr schön So Jetzt renn Link Rennen Nö Der braucht jetzt zwei Treffer Wie es aussieht So Okay Sehr schön Wo zeigt das Schwert hin Das Schwert zeigt in die Richtung Also geh ich auch in die hier Das waren jetzt drei Treffer Jetzt Komm Ne Immer noch nicht Dann Brauche ich Verbrauche ich jetzt meine erste Fee Ich kann nicht anders Es 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 ist Es ist gerade Es ist gerade total schwer Okay Okay Nummer Nummer Eins Nummer Zwei Mach bitte nicht den Scheiß Ja Genau Genau Deswegen Nicht Also Du Kleines Bastardchen Okay Ich hab dich Ich hab dich Okay Es zeigt diesmal in die Tür Also Gehen wir auch in die hier So Je Scheiß Knechte Wie lange wollt ihr dann noch Hier Hier rumfliegen Das war zu nah Ja Link Steh auf Link Du stellst dich an Sehr schön Oha Das klappte diesmal gut Okay Schwert Du fällst in die Richtung Also wieder zurück Wie es aussieht Okay Macht das Geräusch Schade Schade Hätte klappen können Wär schön gewesen Jetzt kommt wieder die Kacke Okay Nummer eins Komm Du wirst dich gewinnen Mach Au Okay Ich muss näher ran Autsch Jetzt hast du tief geschossen Scheiße Langsam Aber sicher Regst du mich auf Alle haben ihn getroffen So Und nicht anders Gehört sich das Puh Nintendo hebt mit den Schwierigkeitsgrad Echt enorm an So Aber wie es in diesem Raum hier weitergeht Seht ihr im nächsten Part Ich hoffe es hat euch so weit gefallen Bis zum nächsten Mal Und tschüss Bis zum nächsten Mal